So, dann gucken wir heute mal rein in den Olga, in die Olga rein, nö, dann schauen wir heute mal, auf geht's, so, Freespieler wär geil, nice Jungs, ja moin, aber Golovin nimmer mit, Jungs, Freespieler 1 ist am Stützl und die Karte schaut an sich echt gut aus, also Golovin, Jungs, feier ich, aber vielleicht nochmal Freespieler wär natürlich Sickerino, Uuuuuh, Chessny, Jungs, diese Packs sind ja endgeil, come on, dann machen wir jetzt noch ein paar, oder, come on, geh mal rein, Oh, Tagefiko nimmer mit, Jungs, absolut okay, 84 ist absolut in Ordnung, Ja, haha, Robertson, 87, come on, vielleicht nochmal ein Freespieler, Ja, der Leihann 80, du bedarf nimmer mit, Uuuuuh, hohohoho, hey Jungs, ist ja Wahnsinn, come on, geh, Uuuuuh, hohohohohohohoho, come on, Lopez ist mit dabei, ich hab heute mein Alvedi für 16.5 wegbekommen, heut früh war der weg, für 16.5, Ja, Navas, nimmer mit, Jungs, wieder Walkout, Uuuuuh, Kimmich, 88, uh, So Jungs, letztes Pack für den jetzigen Stream, wie gesagt um 20 Uhr geht es dann weiter, da haben wir dann zu zweit in voller Truppenstärke, und jetzt zum Abschluss haben wir nochmal, ja, gut Jungs, hohohohohohohohoho, was ist mit diesen Packs nicht richtig, ich will doch gar nicht aufhören Jungs, ich will eigentlich gar nicht aufhören, bin ich Early Chris, also heute, wer heute Nachmittag im Stream dabei war, bei uns am RTG erkennstenos, haben sie richtig abges pirateet, und ich hoffe es geht weiter, Ja, mit gelbem 1.83 gehst du schon mal Guru. Aber wenn er einmal einen guten Preis hat, ist der Gewinn halt nice. Duuuuuh, schickst du auch den Kammerkei. Geht schon mal Guru los. Geht schon mal gut los. Weil, wie gesagt, ich stell mir übrigens auf keinen Gewinn mehr ein. Zweites Pack. So, ziehen wir aus Galori. Ist okay. Wie gesagt, das muss das SPC-Futter sein. Ja, eh am 2. Ja, aber ich zieh doch das jetzt nicht, dass ich SPC-Futter jedes Mal krieg, sondern ich möchte mal einen geilen Pick, Alter. Einen geilen Pick, Mann. Komm jetzt! Ja, komm ich! Wir haben das jetzt zweimal, oder? Ja. Ich nehm mich von Rätsel, den Sch. Den Sch. Dann machen wir gleich die Seiten der Voröl, come on. Uuuuh, ja mit der Toilette haben wir es. 88er Handanovic. Der Hauptsache hat ganz knapp noch die Kurve bekommen, Jungs. Weil bei uns in der Nationalmannschaft kann jeder spielen momentan, weil die so großen schlecht sind. Da könnt ihr mich auch aufstellen. Aber das Schlimme ist das, wenn halt die Nationalmannschaft so eine Konsequenz war wie der BVB, dann hätten wir auch den Joachim Löw den Schmutz nehmen. Den alten Nasenpoppler. Ehrlich, boah. Das Einzige, was du den brauchen kannst, wenn du ein Video brauchst, der war in der Nasen poppelt und sich danach den Poppel frisst. Alter, dann kannst du den Yugi Löw nehmen. Meine Frau sagt ja immer, schätze ich am Yu-Gi-Oh! Ja. Yu-Gi-Oh! Lachen alle. Oh, in Form. Lachen alle. Ja, ist doch so. Polen! Stürmer! Schmutz! Piontek! 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 Ja, und seien wir sich doch mal ehrlich, Freunde. Wie er den Handshake von Cristiano Ronaldo gemacht hat, damals beim Länderspiel und sich ja voll in der Nasen poppelt, das widerliche Schwein. Hey, im Nachhinein hat der Ronaldo in der Kabine gekotzt. Ja, grutze fix! Kann man sehen Walkouts? Ja, kann ich erwarten mehr. Ja, in Form aus den SPC-Packs haben wir vier Walkouts auf Amazon. Was? Was weiß ich mal? Walkout with the Sea out. Yes, of course. Ja, 84, ich bin jetzt nicht so okay. Miii! Miii! Net! Wie geht's dem eigentlich nach seinem Schädelbruch? Weiß ich nicht um die Skettige. Youtube, MV, Kreisliga. Ja, oder? Uuuuh! Lorenzo! Also zwei Packs sind 84 und 85, das geht klar. Insigne! Insigne! Wie geht ich nicht? Den kleinen El-Lymolo. Mobb da drin. Wer? Wer? Der Cowboy. Ich weiß es ja. Komm, sag ich mal was, was du sie meinst. Ich hab da gar ein Mimimi-Sach drunter. Gewiss, so wie die Spielerwahl. Weißt du was, wir haben einfach die seltenen Spielerwahl-Objekte. Da siehst du es besser. Wobei, das Gulasch ist auch nicht so. Ist das gut für die SPC? Ja. Guli Gulaschi! Hast du jetzt ein bisschen Gulasch? Hast du das Video gesehen, wo er die FIFA-Packs aufgemacht hat, wo er aber Brasilienflagge gekommen ist und irgendwas anderes gesagt hat? Dreck Modric. Dreck Modric. Dreck Modric. Ja, ist okay. Perfekt für das PC. Aber das war jetzt wieder geil. Dreck Modric. Schon wieder. Das geht. Das ist eigentlich das Einstudierungs. Somit ist das Basis Ican Fett. Ähm, Ican Fett. Das Basis Ican Fett fertig. Ja. Drei, zwei, eins. Bam! Guck mal jetzt mal! Oh, ein Maß bitte! Leck, so wie du es verschirren hast! Ican. Brasilian! Brasilian! ZM! Ja! Wow! Yes! Baby! Mit Ansage! Ja! Aber Martinio ist stark. Martinio ist gut. Ja, der ist gut, der Boy! Ja, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit, Freunde! Tschüssi zum Spieler! Dankeschön! Der kostet 1,36! Ja, Korbeil! Für dich! Guter Mann! Für dich, Korbeil! Guter Mann! Nice! Die Werbung ist ja noch mal! Die Werbung ist ja noch mal! Ähm, ja! Är perch tank! onda? Die Werbung ist ja noch mal! Die Werbung ist ja noch mal! Es holen! Grobisch! abundante Frohe? Ever!